Seit unserer Gründung vor über 100 Jahren haben wir uns bei Hüttenes Albertus von der Entwicklung chemischer Hilfsstoffe zu einem weltweit agierenden Unternehmen und Marktführer für Gießerei chemische Lösungen entwickelt. Mit über 20 Tochtergesellschaften und einem internationalen Team von fast 1800 Mitarbeitern sind wir heute an der Seite unserer Kunden präsent, den Gießereien auf der ganzen Welt. Unsere Kunden schätzen nicht nur das breite Leistungsspektrum, sondern auch unsere ausgewiesene Zuverlässigkeit und unser Engagement für höchste Qualität. Egal ob es sich um Key Accounts oder kleinere Spezialgießereien handelt, wir schätzen und pflegen jeden Kundenkontakt und bieten maßgeschneiderte Lösungen. Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, bereits heute nachhaltig zu leben und zu wirtschaften, um kommenden Generationen keine Grenzen zu setzen. Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind für uns zwei untrennbare Kernelemente unserer Strategie zum Wohle des Unternehmens, der Mitarbeiter und der Gesellschaft. Deshalb setzen wir auf modernste Produktionsanlagen und kontinuierliche Investitionen in deren Modernisierung und Prozessoptimierung. Kürzlich haben wir an unserem größten Produktionsstandort in Hannover ein neues Kesslerhaus eingeweiht und eine leistungsstarke Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Zwei Meilensteine auf unserem Weg zur Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks. In der Chemieindustrie ist die Prozesswärme der größte Energieverbraucher überhaupt. Diese Prozesswärme wird mittels Erdgas erzeugt. Dazu haben wir hier am Standort in Hannover unseren Dampferzeuger, welcher die Prozesswärme darstellt, optimiert und verbessert. Dadurch werden über 500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Ein ganz konkret messbarer Beitrag. Unser hochmodernes Labor, das vor wenigen Jahren komplett neu erbaut wurde, dient als Zentrum für Forschung und Entwicklung. Hier konzentrieren wir uns mehr denn je darauf, nachhaltigere Produkte zu entwickeln und Prozesse zu optimieren. Unsere Fachleute nutzen modernste Analysetechnik, um alle relevanten Werte und die Produktqualität zu messen und sicherzustellen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Dekarbonisierung unseres Produktportfolios. Während unsere komplett anorganischen Bindersysteme bereits seit fast zwei Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz sind, werden auch unsere organischen Hochleistungsbinder wie Coldbox Harze zunehmend kohlenstoffreduziert entwickelt. Mit unserem 2017 eröffneten Center of Competence in Baddeckenstedt haben wir ein weltweit einmaliges Technikum aufgebaut, bei dem wir sämtliche Gießereiprozesse originalgetreu abbilden können. Unser einzigartiges Center of Competence spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Hier stehen uns vielfältige Maschinen, Test- und Projektmöglichkeiten zur Verfügung, um Entwicklungen und Ideen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern zu erproben. So gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse und verkürzen den Weg zur Serienreife. Für Geschäftsführer Franz Friedrich Butz sind Gießereien mit ihrer Kreislaufwirtschaft und hocheffizienten Fertigung schon jetzt bedeutende Mitgestalter einer nachhaltigen Zukunft. Von der Schmelzerei über die Kernfertigung und verschiedene Gießverfahren sind wir in der Lage, die direkt im Prozess entstehenden Emissionen online zu messen und somit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung unserer Produkte und zur konkreten Bestimmung der Emissionen bei unseren Kunden vor Ort beizutragen. Als Zulieferer haben wir bei der Hüttenes Albertus Unternehmensgruppe Nachhaltigkeit und verantwortungsvolle Produktion fest in unsere Unternehmenskultur verankert.